Kapitulieren! Niemals! Das ist empörend! Ich habe Berlin vor Jahren gegen die Roten erobert und werde die Stadt bis zum letzten Atemzug gegen die Roten verteidigen. Die wenigen Stunden, die ich noch als deutscher Reichskanzler zu leben habe, werde ich es nicht dazu benutzen, meine Unterschliffe oder eine Kapitulationsvorgunde zu setzen. Wir müssen den Zivilbevölkerungs- und Stichwörtern und Stichwörtern und Stichwörtern und Stichwörtern und Stichwörtern und Stichwörtern! Dieser Himmler, was für ein aufgeblasener Hanswurst! Bonzen! Überall Bonzen! Könnte einem Speiübel werden, nur vom Hinsegen! Das heißt, der Führer wird Otto nach Klauselwitz ausgeben. Berlin als Freustadt! Er würde die Stadt nicht halten können, Berlin ist am Ende. Wenn der Führer hier bleibt, dann wird das ganze Reich mit ihm zusammen in den Abgrund gerissen. Das müssen wir ihm ausreden. Sprechen Sie doch einmal mit dem Hevel. Der Führer mag den Hevel. Er ist der einzige Diplomaten, der noch Einfluss auf ihn hat. Der Hevel hat alles versucht. Glauben Sie mir, dass es sein muss. Sprechen Sie doch einmal mit Ihrer Schwägerin. Warum nicht? Sie sind verheiratet mit der Schwester von Eva Braun. Das macht sie praktisch mit dem Führer vorhanden. Da muss das alles versucht werden. Berlin ist praktisch von den Russen eingekesselt. Sie sind ja nur jung. Ich werde bald fort. Wollen Sie ihn erst dort umkommen? Wir sterben nicht. Madame, der Führer! Ich fließe an den Verlasszitter. Noch ist es nicht zu spät. Es ist spät. Evel, kommen Sie doch mal hier mit. Mein lieber Hevel, Sie sind doch auch der Anzige, wir sollten Führung auf die Mitte bringen. In der Tat. Wir sollten Politik machen. Politik? Ich mache keine Politik mehr. Das widert mich so an. Wenn ich tot bin, werdet ihr noch genug Politik machen müssen. Herr Führer. Es ist gut. Mein lieber Himmler. Mein treuer Heinrich. Es ist gut. Geht's wie nur. Bei uns, der Mann ist fertig. Na ja. Was soll man von einem erwarten, der weder raucht noch trinkt und überdies Vegetarier ist? Jetzt mal im Ernst, Fegelein. Ich werde wohl die Sache selbst in die Hand nehmen müssen. Berlin wird fallen. Das sind wenige Tage noch. Wenn der Führer tut es. Mit wem, glauben Sie wohl, werden die Alliierten verhandeln? Was macht Sie denn so sicher, dass die Alliierten mit Ihnen verhandeln wollen? Der Wissen braucht den Nazi-Staat, um eine SS, um nach dem Krieg Ordnung zu schaffen. Glauben Sie es mir, eine Stunde mit Eisenhower, das sieht es genauso aus. Jetzt kommt die Kontakt zu haben. Glauben Sie sich. 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 Zeanson Genie.